So, die Kaderung Nummer 19, das war ein Star-Royal, Michael Lermann in Flurach hat diesen Hexen bezüglich der Besitzerdeckstation, Familie Hennig-Stolze, Hütze, Schriftdecksen, Stagat M-Hinter, der Name ist bezogen, gehört vom Lohrach 20, 12, München, Riemen, HLB, Obenfurt, 20,50, 1,8, wie auch noch der Weltmachstelle in Hex, hoch und drei Jahre vom Führungssieger, Führungsschruten aus Landeskundenschau, die werden sich erst heute mit Vorarbeitern am lühdeutschen Pro-Terminal. Ein Held mit großem Aufwärts und fortiver Erscheinung, im Fokus der Aufmerksamkeit steht seine meisterhafte Verärungskraft, da Royal ist als Garant für eine überaus erfolgreiche Nachdruck anzusehen, er steht für effektvolle Bewegung statt erfohlen in Zucht und Sport, ein Hengst mit ganz klarer Perspektive, die Persönlichkeit für den versierten Züchter, Stagat M-Hinter, der Vater, Wintersternanus gezogen, Stagat M-Hinter, der Vater, Wintersternanus gezogen, er ist eine Freude aufzuzählen, bringt fast den Rahmen, wir bedanken und verstehen, Herr Jairal. Applaus